Ok, ja wir sind jetzt hier in Neuseeland, wieder mal drei Tage nicht geduscht, wir stinken, egal, es macht uns Spaß. Wir stehen hier gerade bei unserer tollen Videopostkarte und ja wir haben Spaß in Neuseeland, es ist schön, es macht uns. Die Sonne scheint heute wieder mal, wir sind im Süden, wir werden dann nach Christchurch fahren, wir wollten eigentlich heute mit den Delfinen schwimmen, aber sind leider mal wieder viel zu spät aus dem Bett gekommen. Alle die heute schon früh aufgestanden sind, schlafen ist auch schön. Und jetzt haben wir noch ein Lied für euch, ein österreichisches natürlich, dass wir auch schon bei den Mowers vorgesucht haben. Genau, in unserem coolen Camp in Marori, Tamamaki. Gut, eins, zwei, drei. Und dann gehe ich. Gut, eins, zwei, drei. Und dann gehe ich an Wein und da höre ich den Guckuck aus dem Weiß Caster. củ schreien. So, dann liebe Grüße an alle, die das dann sehen und die sind auf YouTube. Schöne Grüße an die Füße, an euch alle. Ja, lasst mal wieder was von euch hören, so wie wir. Schickt uns ein YouTube-Video, wir werden es uns anschauen. Und ja, das war's dann mal wieder aus dem schönen Neuseeland, aus diesem schönen Natur-Baustein-Kasten. Ja, das war's. Viel Spaß. Tschüss. Fertig. Fertig.